Das sind meine Eltern. Wenn ich mich bloß daran erinnern könnte, was damals passiert ist. Das ist alles wie gelöscht. Ist das nicht deine Uhr da oben? Die Uhr kann man anhalten, die Zeit nicht. Hast du eine Ahnung, warum das da steht? Halt ihn auf! Wie denn? Stehen bleiben, du! Ein Versuch wert. Weil ich hier wenigstens auskennen würde. Keine Sorge, ich bin es nur. Schnell da lang. Jetzt hier lang. Ja, wo lang? Macho! Ja, tut mir leid. Ich kann ja auch nichts dafür, dass du nicht durch Wände gehen kannst. Jetzt lass uns doch erstmal in Ruhe miteinander reden. Es gibt nichts zu reden. Du hast das Geld geklaut und zwar mit Hilfe deines Skateboards. Mit diesen Kratzern hier kann ich das auch beweisen. Du glaubst nicht ernsthaft, dass ich dich hier einfach so mit meinem Skateboard rausmarschieren lasse, oder? Du musst es dir eben holen müssen. Macho, hilf mir! Macho? Wer ist denn Macho? Du bist wirklich ein seltsames Mädchen. Du bist wirklich ein seltsames Mädchen. Du bist wirklich ein seltsames Mädchen. Du bist ja schon mal. Du bist wirklich ein seltsames Mädchen.